Musik Erzählst du uns gleich, was passiert ist, oder warten wir noch auf ein paar verheulte Brautjungfern? Brautjungfer Brautjungfer Oh Gott, nun, es fing ungefähr eine halbe Stunde vor der Hochzeit an. Ungefähr Ungefähr Hochzeit Hochzeit Ich stand in dem Zimmer, in dem die Geschenke aufgebaut waren. Und sah diese wunderbare Saussiere. Saussiere Saussiere Diese hinreißende Saussiere, sie war wirklich bezaubernd. Da wusste ich, mit Süßstoff? Süßstoff Süßstoff Also mir wurde klar, dass mich diese Saussiere mehr anmacht als mein zukünftiger Mann Barry. Anmachen Anmachen Und da bin ich völlig ausgerastet. Und dann sah ich plötzlich, dass er aussieht wie einer aus der Adams Family. Aussehen wie Aussehen wie Er kam mir schon von Anfang an irgendwie so bekannt vor. Vorkommen Vorkommen Wie dem auch sei. Ich dachte nur noch, lauf weg, Rachel. Wieso tue ich das hier eigentlich? Und für wen tue ich das hier eigentlich? Eigentlich Eigentlich Doch ich wusste nicht wohin. Ich weiß, du und ich, wir haben uns irgendwie aus den Augen verloren, aber... Aus den Augen verlieren Aus den Augen verlieren Na ja, du bist der einzige Mensch hier in der Stadt, den ich kenne. Und der einzige, der nicht zur Hochzeit eingeladen wurde. Oh, dann können wir nicht das Thema wechseln. Das Thema wechseln Das Thema wechseln Das Thema wechseln Was Chou�� protocols If wechseln Das Thema wechseln Das Thema wechseln Aber das huis Wechseln Not